Hallo und herzlich willkommen. Ich scharme hier die Ruine. Oh, toll. Guck mal, was du hier veranstaltet hast. Sogar hier ist noch ein riesengroßes Loch drin. Hier ist ein Loch und der Regen ist gleich rein. Warte, schluss. Ja, mach das mal ein bisschen zu. Ich mach uns so lange hier mal ein bisschen Holzkohle. Ich guck mal eben, dass ich hier wieder einen neuen Crafting-Table hinsetzen kann. Aber auf jeden Fall haben wir hier eine wunderschöne Möglichkeit, wie benutze ich... Aha, so. Okay, ich mach uns hier... Äh, halt, 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 was machst du denn? Ich mach uns Holzkohle. Ja, ja, pack das weg, leg da unten normale Bretter rein, hast du auch viel mehr von. Wie normale Bretter? Normale Bretter, wenn du die Baumstürme reinlegst, hast du dann nur ein Viertel der Heizkraft genutzt. Ah, okay. Ja, dann mach du ruhig. Hast du Holz? Nein, gleich. Ich hab jetzt erst mal eine Holzkohle, das ist ja schon mal ein Anfang. So, jetzt mach ich uns eben vier Holz und den Rest lege ich nämlich jetzt in den Ofen rein. Also ich komm oben, komm ich gerne rein. Okay, also wichtig wäre auf jeden Fall mal, dass wir hier zumachen. Das mache ich hier gerade mit ein bisschen Erde. Damit wir diese Nacht jetzt wenigstens überleben. So, da kommt man eigentlich so gut wie nicht mehr durch, aber ich, warte, ich mach es noch ein bisschen sicherer. Hier noch einen drauf, hier noch einen drauf, hier noch einen drauf. Und wir können zurück in... Kommt einer bei wem. Nee, ich hatte nur keinen... Bist du denn? So, hier oben am Eingang. So. Zweite Nacht im Bunker, ich hab immer noch nichts zum Essen hier. Aber ich glaube, die sind fertig kurz zum Überleben. Hier hast du Zug gemacht. Naja, da fahr' ich glaube ich Zug, ich weiß es nicht. Mach ich jetzt eigentlich das so gut. Da oben ist noch auf. Da oben ist noch auf. Oh, okay. Na, dann brauchen wir hier ein bisschen ab. Nee, ich mach hier oben gerade ein bisschen zu. Ja. Und da oben auch zu. So. Dann brauchen wir jetzt... Na, jetzt ist es dunkel. Ja, die zweite Folge wird offenbar auch hier wieder Gorillas im Nebel. Hast du jetzt Kohle? Ja, liegen im Ofen. Okay, Moment, ich muss hier ganz kurz mein Chat-Laser stillen. Okay. Okay, liegen neben dem Ofen. Wo? Im Ofen. Du Tails, ganz kurz mal eben. Ja. Du bist immer ganz schlecht zu hören, du brichst immer wieder ab. Äh, genau. Ja, aber das hörst nur du, das ist nicht im Normalen. Okay, dann ist ja wunderbar. Da hört man das eigentlich perfekt. So, ich mach uns hier Fackeln. Damit du hier wieder nicht die Nacht hier irgendwie, ja. Sowas würde ich niemals im Leben machen, also ich weiß ja nicht. Ich hab trotzdem Angst. Also die, die, die Anwendungen von Luternacht haben mir eigentlich schon recht gereicht. Aber guck jetzt. Ohh, okay. Ja. Da oben ist offen, da oben ist offen. Es ist Tag. Wo ist offen? Hier oben. Hä? wieso soll es schon wieder tag sein ach war es nur gebitter offensichtlich aber da kommt ein creeper an unserem garten ja ich bin ja schon gelaufen ich versuche den jetzt mal ohne zu explodieren umzubringen es gibt ich habe schwarzpulver so richtig stellen uns immer noch an die mädchen hier das ist ja wie wer mich da ist eine kuh die kuh gibt es hier ist ein schwein ich brauche was zu essen ich brauche ein steak danke steak ja mach mir auch einen burger hühnchen geschlachtet schweine geschlachtet jetzt habe ich gerade hier fressen sondern geben sie geben federn und fleisch glaube ich jeden fall weil ich habe es noch so in erinnerung ich mache uns hier unten mal da an dem wasser vorsprung pflanze ich uns auch mal hier ach mischt ich brauche erstmal seine hacke damit ich den dann waschen wir haben es auch noch mal ein crafting table langsam haben wir überall auf der welt unsere crafting tables stehen du was nennt sich ecological footprint na ja was schon ich in englisch ne fuß hat druck auf der erde hinterlassen ja ein genau macht nichts also wenn uns irgendjemand in 100 jahren dann hier findet dann sagt er sich auch was für einmal das hier und dann die war glaube ich dreimal hoch und eins daneben oder auch nicht ach wie gegen diese 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 große ackerhacke noch mal die ackerhacke zweimal also ähnlich hier bei der achse war diese beiden stöcken und dann oben nur zwei ach stimmt ich habe jetzt drei nach oben aber jetzt haben wir es okay ich habe sie inventur hier erfolg erzielt fangen an zu ackern und natürlich war ich mal wieder so klug und habe direkt so aber es reicht für meinen kleinen ich habe gerade nur gehört es reicht für meinen kleinen du machst mir echt angst drückt dafür dass du sagen nein du machst mir so angst also ich ja das stellt aber hier der tiefspink ein bisschen richtig ein das funktioniert alles ein bisschen ja also sagst du wenn das deine freundin hört also die die echt eigentlich die lässt dich nie wieder raus hier die spielt ja selber die guckt ja nicht hoffentlich ja ich mache hier das ganze noch ein bisschen eben ich habe mir gerade eine schaufel noch gebastelt wo treppst du dich gerade rum? oben? ne ne nicht oben unten oben unten ist ja eigentlich eh alles dasselbe also wenn ich zurück bin will ich dass unser hos hier steht also das lässt sich eventuell im ansatz erledigen so ich frage mich eigentlich gerade wieso ich das aus holz gebastelt habe wenn ich steine noch im was hast du gebastelt? kommentar ich habe mich gerade zum abtragen habe ich mir gerade eine schaufel gebastelt oh das aus holz oder wie? naja naja das ist eigentlich echt verschwendung oder asig einmal mit profis arbeiten so dann will ich jetzt hier noch ein paar bäume fällen damit wir noch ein bisschen mehr holz haben und vor allem dass sich diese blöden zombies hier nicht immer drunter verstecken können so einmal da hinten ist auch noch ein bisschen was da oben kommst du runter du wolltest? wie ich dachte wir haben uns darauf geeinigt dass wir hier nicht Ikea ja du ich höre ja deine ganzen Einigungen nicht weil du ja hier deinen Teamspeak nicht einstellst das geht ja alles nicht ja mache ich bei der nächsten Aufnahme aber ich habe immer noch Hunger ja weißt du was dann komm mal mit komm mal mit ja hast schon was gebastelt oder? ne ich habe es noch nicht fertig gemacht aber immerhin wo bist du gerade? in der Höhle drin komm runter in unserem Bunker ok du wolltest kein Doppelbett du weißt schon natürlich will ich kein Doppelbett also ja ja du wieder das muss echt nicht sein aber die Stufe hier die also wenn da Bauabnahme kommt also die geht hier wohl auch nicht durch oder? ja das ändert sich ja alles doch ich muss jetzt hier nur einmal irgendwas hast du noch einen Steinachst? ja habe ich drei Steine reichen auch ich habe nur gerade alles draußen verbaut ja ich mache ein paar rein so ähm tack 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 einmal hier wir reichen so drei oder so ich höre schon wieder irgendwas am du musst auf Q drücken bist du immer eben Q? ja nein ich höre Kegner wo? ja gib mir doch erst noch ein paar Steine ich habe keine Angst mehr danke tack 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 geht doch ja ja reicht schon reicht schon reicht schon reicht schon so lass mich einfach hier raus toll ich will ein eigenheim und oh die Sonne geht hinten unter und ich habe immer noch nur hast du ein bisschen was zum zum essen? guck mal in den Ofen rein guck mal in den Ofen rein ich opfere gerade mein Essen ah ja ich brauche eh nur eins das ist auch ein schönes gutes Steakies ich habe auch noch ein bisschen verrottetes Fleisch also ja das würde ich lieber nicht essen das schmeckt immer so ein bisschen zäh ok naja jetzt überlebe ich wieder eine Nacht ich mache mal oben unseren Eingang zu wieder so ist abgehen und langsam kann man hier ja wirklich schön also ich dachte eigentlich eher wir nehmen das so zum ja hier untertagen ja aber ich dachte eigentlich wir bauen vielleicht oben drüber unser Haus nutzen wir doch das direkt als Keller ich meine ja genau warum doppelt bauen warum doppelt bauen warum doppelt bauen so ich brauche jetzt nur ein bisschen mehr Stein für oben deswegen brauche ich mir eben hier unten weiter ja der zweite Gedanke war halt eben hier so ein Haus am Strand ja du willst hier wieder schön Sommerresidenz und ja klar hier meine Finca auf Mallorca und es muss alles sein also außer wie es da unten aussieht also da kommt langsam Sand das sieht aus als ob du demnächst dann auf Wasser trittst oder auf Wasser weiß ich nicht genau ich hole mir grad einfach nur Stein ganz monoton und trocken ja ja deswegen sollten wir auch keine solche Ecken hier basteln weil das bauen natürlich auch was und dahinter höre ich auch irgendwas hätte meiner sagen können dass das draußen nacht ist kann ich doch nicht ahnen ach du hier wieder sagt mir nicht mal dass es draußen nacht wird hupser äh so kommen wir 2 hin und hier unten auch ich bin draußen äh noch leer machst du einen auf mutig wieder ja ja jetzt nicht mehr sie kommen sie kommen sie kommen unverdammt ich habe in den Winter aufgeräumt Das ist immer so ein Problem, ich hasse ja echt zu volle Inventare, dann rollt man sie auf und dann will man was machen, dann muss man es leeren, man muss es erst mal wieder sortieren, bis man sich wieder einbauen kann. Ja. Ein bisschen dezent, dezent unpraktisch. Ich dachte hier gerade, ich mache unseren Stuck hier noch ein bisschen schön und reiß an Starobay die halbe Decke auf. Aber guck mal, dass das nicht so verwinkelt, dass man es wirklich irgendwie schön gerade machen. Ja, ja, ich wollte jetzt eigentlich oben dann drauf so ein Haus draufsetzen, weil wenn das gerade Nacht ist, dann... Ja, das können wir ja dann gleich machen, also in der nächsten Folge oder in der nächsten... Ja, mal gucken. So, da noch mal ein bisschen weg. So, jetzt ist das hier Ganze nämlich auch ein bisschen gerade, obwohl ich als so eine Steindicke eigentlich fast lieber hätte. Jetzt nur so ein bisschen... Oh, meine Axe ist kaputt, dann basteln wir uns eine neue. Willst du eine neue haben? Ich habe noch eine. Ich kann mir noch eine basteln, kein... Oder so. So, ich brauche erst mal aber Stecken noch. Nach dem Motto, lass Stecken. Und du sagst, ich wäre es. Ja, ja. Ja, der war schlecht. Ich gebe es jetzt noch. So, wir haben eine Stein... Und schon geht das Ganze wieder schön. Einmal hier rein. Ich glaube eh noch, dass wir hier irgendwann an einer Kohlenmonoxidvergiftung sterben werden. Ach, jetzt machst du hier unseren... unseren ersten Ebene für... Ja, aber der gefällt mir nicht. Toll, wir haben noch nicht mal einen Hose, aber wir haben einen Keller. Den brauchen wir auch immer als erstes. Ich würde sagen, dann bastel ich uns da hinten gleich mal eine Truhe hin. Das wäre gar keine so schlechte Idee. Ich habe nämlich einigen... Dass wir da hinten dann auch ein bisschen... Aber... Ja, ich habe so einigen komischen Kram. Ja. Aber ich würde sagen, unser Hose machen wir dann oben aus so Ways und Birkenholz, oder? Ja, oder so. Ich hatte da oben eigentlich angefangen gehabt mit so einem alten Bauernhausstil. So mittelaltermäßig. Okay, können wir auch machen. Ich musste mal ansehen, ob es dir gefällt. Ja, ich mag halt dieses hellere Holz. Mag ich halt eigentlich recht gern. Ja, Akazie ist ja auch jetzt relativ hell in den neuen Textur-Packs hier. Vor allem das, was wir jetzt hier gerade verwenden. Okay. Ist sowieso ein ganz schönes. Ich bin da voll begeistert von dem Ding. So, einmal Truhe. Also, wir haben oben zwei Truhen. Jetzt, wo wir die ganzen Sachen reinschmeißen können. Nein, ich habe mich verbaut. So, Sand brauchen wir eh nicht, außer wir machen... Oder soll ich uns gleich... Ich mache uns auch gleich noch ein bisschen Glas. Was machst du? Gas? Glas. Glas. Und klau mir hier gleich deinen... Da sind die Kisten. Hast du da irgendwie schon eine Sortierung dir für herausgebracht? Äh, ja, wild alles rein. Ah, okay. Das ist sowieso meine aller... Ich würde ja sagen, in die obere kommen erst mal Nahrungsmittel rein. Was hältst du denn von der Idee? Das ist eine absolut tolle Idee. Unten kommt alles rein, was kein Schwein braucht und unten und oben eben Nahrungsmittel. Ja, gute Idee. So, ein bisschen notieren. Ich baue da dann eh gleich noch eine zweite da daneben. Ähm... Das wird... Warte mal, ist jetzt gerade draußen... Ist es doch jetzt gerade draußen Nacht, oder? Ich dachte eigentlich schon, aber irgendwie... Dann testen wir doch mal was aus, ja? Dann testen wir doch mal was aus. Ja, ich teste hier auch gerade. Ja, ja, komm mal her. Komm mal her. Ich kann ja nur dann schlafen, wenn du auch schläfst. Ah, okay. Mal gucken, ob es klappt. Läuft das auf dem Server? Ja, scheint. Ist es Tag? Ist es Tag? Guten Morgen. Ist es Tag? Du Saftsack, könntest du mir auch mal guten Morgen sagen hier? Äh, einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir müssen hier schon in unserer Rolle drin sein. Jetzt fangen wir an hier erstmal schön mit. English Breakfast, ein paar schöne Eier, Baked Beans, alles Mögliche hier schön. Machen wir hier Wettgrillen hier. Auf Kabel 1 ist doch hier bei Wettgrillen. Machst du hier schon wieder Wettgrillen für jemand, der uns eh keine Zuckkohle zahlt? Ja, weißt du es. Jetzt muss ich aufpassen, muss ich sagen. Da hinten ist noch eine Spinne im Baum. Naja, lass die mal da hinten rumspinnen. Tun die gerne. Okay, und ich mach hier weiter. Ja, guck dir das nochmal so an vom Baustil her. Ich hab jetzt mal so gesagt gehabt, jede Ecke machst du so Baumstamm mäßig. Siehst du das? Moment. Weiß gar nicht, wo bist du? Da. Jede Ecke, jede Ecke machen wir so ein bisschen Baumstamm mäßig. Und von da aus dann wieder so wieder weiter. Immer so mit diesen... Aber du weißt schon, dass man da überhaupt nicht raussehen kann. Wie? Ja, das ist alles aus Stein, kein Glas da dazwischen. Wir haben da noch kein Glas, oder hast du es inzwischen noch fertig? Ja, natürlich unten im... Das bauen wir dann im Nachhinein ein. Das machen wir doch immer so. Wie mit allem anderem, was auch irgendwie nicht so funktioniert, wie es soll. Alles, was nicht richtig klappt, immer erst im Nachhinein einbauen. Okay. Kühe konnte man mit... Kühe konnte man mit... Was nochmal anlocken? Auch mit Seeds, oder? Nee. Kühe? Doch, doch. Oh, da hinten ist ein Punktenschütze. Ich kümmere mich gerade mal um den. Hallo. So. Ich würde dir drauf tippen, du brauchst Weizen zum Anlocken von Kühen. Aber nagel mich mal jetzt nicht drauf. Ich gucke gerade mal, wie unten, wie weit unser Weizen gerade schön ist. Nee, der wechselt. Der ist... Ja, der wechselt. Und ich nehme die Kiste hier auch mal mit. Ernsthaft. So, und es waren drei Felder, glaube ich, immer drumherum, oder? Ja. Also, jetzt verzweifle ich gerade so ein bisschen. Warum? Ich habe noch ewig viel Holz, aber Steine, die habe ich nicht mehr. Dann geh doch in die Höhle unten rein. Ja, in der Truhe? Da ist nichts. Nee, nicht in der Truhe, aber da liegt doch überall... Also, die ganze Höhle... Ist eine ganze Höhle voll. Die ganze Höhle voll, nur aufbauen. Ja, ja. Ach, ich bin im falschen Punkt. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, haben wir hier noch ein bisschen Seed? Jawohl, haben wir. Entschuldigung. Ich war so gewusst mit dem Let's Player, es geht gar nicht, wir sind seriös. Ja, absolut. Ich meine... So, ich habe jetzt noch ein bisschen was nebengebaut. Ich habe auch gerade im Moment keinen Hunger. So, bist du da hinten auch schön am Arbeiten? Ja. Ich reg mich immer noch ein bisschen über deine Teamspeakeinstellung auf, aber gut. Äh, warum? Ach, weil du nicht abgehackt hörst. Ja, ich höre vielleicht, wenn ich Glück habe, jeden dritten Satz. Okay, dann mache ich es so, dass ich einfach in der nächsten Aufnahmepause, in der nächsten Aufnahmepause, mache ich dir dann die Einstellung schön. So, da hinten den Baum am Acker, den nehmen wir auch noch weg. Überleg mir also ein bisschen was. Einen schönen Holzboden, da hätte ich jetzt gerade Lust dazu. Ich höre irgendwo Zombies und Spinnen. Ich glaube, ich bin sogar sehr viel in den Eichenfußboden. So, zeig mal her, wie sieht es denn? Komm mal eben her. Also das hier wäre Akazie. Aua, hast du mich gerade kaut? Nee, nee, Hunger, Hunger. Ich habe Hunger. Bei dir? Nee, bei mir. Ja, ja. Ja, ich habe Hunger. Ah, eher ein typisches. Ja, ich habe jetzt nichts zu essen, ist mir auch egal. Also, das wäre Akazie und das hier wäre Eiche. Zeig mal nochmal her, Akazie und Eiche. Akazie ist das hellere, Eiche ist das ein bisschen unklar. Ich finde Akazie schön, oder? Ja, die wächst hier sowieso viel mehr. Genau, nehmen wir das. Also, dieser Baum, der hier immer ja so ein bisschen so die Äste kriegt. Ich gehe echt mal was essen. Guck mal, es müsste eigentlich noch... Halt, ich habe hier noch ein rohes Fleisch. Ja, ein rohes Fleisch esse ich bestimmt nicht. Ja, aber nimm es, dann kann... Ich lege es in den Ofen. Da sind alles Salmonellen dran, das geht gar nicht. Ich lege sie ja schon unten in den Ofen. Ich bin jetzt gerade eigentlich am Ofen. Ach du... Ach, der werte Herr macht mal wieder Hühnchen hier. Natürlich. Chicken McNuggets. Kannst du ruhig sagen, dass ich nicht kochen kann, also. Jetzt habe ich direkt schon hier von den Kollegen von Magis gelernt. Erstmal Chicken McNuggets. Na klar, was soll ich. So, ich mache ja unseren Eingang vielleicht noch ein bisschen eben. Einmal... Fangen jetzt auch mal erst mal nur hier vorne an mit dem Parkett. Wollen Sie uns dann gleich übertreiben, ob wir sehen davon aufeinander. Ja, zur Not fahren wir morgen wieder zum IKEA und... ...holen da die restliche Einrichtung. Willst du mich schon vom IKEA fahren? Als wir hier gestrandet sind, auf dieser Gott verlassenen Insel ist das hier kaputt gegangen. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir müssen ja in der Rolle hier sein. Ja, also wir sind hier so weit von jeder Zivilisation, dass es hier... Wir müssen auch wieder auf Schlechtwirkung achten. Neben IKEA gibt es natürlich auch noch Möhmat und Inhofer und... Tagelang sind wir damals auf dem Meer herumgeeiert. Nur auf unserer kleinen süßen Luxussportjagd, mit der wir unterwegs waren. Wir haben das jetzt irgendwie abgesoffen. Wir sind hier gestrandet und haben jetzt ein Problem. So, im Gewehr wird es wahrscheinlich gelaufen sein. Gehe ich davon aus. So, und ein Bruggraben hier drumrum noch, damit hier auch alles schön eben ist. So. So, jetzt brauche ich mal eben ganz dringend mehr Stein. Hast du noch eine Menge Stein, die du gerade nicht brauchst? Ja, habe ich dir. Wunderbar, dann komme ich mal eben zu dir hochgefährt. So. Na, da sind wir ja schon wieder. Ähm, ich gebe dir meinen 61er-Pack. Ah. Stein. Nicht jeder Mann scheiß Dreck. Ja, hier. Du kannst übrigens auch einfach in dein Inventar gehen, das ganze Ding auf die Seite rausziehen. Ja, ich weiß. Danke, es dauert sonst ja Ewigkeit. Ich finde es nur witziger, wenn ich dich so mit jedem einzelnen Stein einzeln bewirfen kann. Nur weil du gerne Sachen auf mich wirfst. Ja, das kannst du jetzt nicht sagen. Das gibt wieder komplett... Und ich werde dann wieder von deiner Freundin, werde ich dann hier wieder dann fertig gemacht, was wir hier besorgen, um zu machen. Du, das wirft ein ganz schlechtes Licht auf die Sache. Äh. So, nachwitzelange. Bitte, bitte lass die Folge ganz schnell vorbei sein. Das ist einfach... Haha, besser wär's. Ja, das ist so richtig hier, Facialpalmierung. Also, ich schäme mich einfach nur noch. So. Hier rum. Irgendwas hat... Nichts hat was kaut, oder? Nee, kann nicht sein. Aber ich würde mich auch gerne malen hier... Ich glaube, ich gehe dann... Vielleicht dann Maugen, gehe ich dann los und schaue mal, ob ich uns nicht ein paar andere Tiere noch finde, so wie die Hühnchen. Hab' ich ja gesagt, da ist ein Loch in deiner Mauer. Du nimmst ein paar Endermans an die Leine oder sowas. Ich höre hier... Wo ist ein Loch in meiner Mauer? Wo ist ein Loch in meiner Mauer? Ja, ich mache hier gerade alles gerade und auf der... Das Loch nennt sich übrigens Tür. Also... Okay. So, aber links sieht es gar nicht schlecht aus. So, rote Bösen. Nee, dann geht's. Ja, die zwei hier auch noch weg. Damit es hier einfach alles schön aussieht. Aber du denkst schon dran, wenn jetzt demnächst mal... Oh! Nee, es regnet morgen. Richtig, ne? Richtig, ne? Ja. Okay, dann gehen wir... Okay, dann gehen wir... Oh, da ist ein... Da ist ein Skelett. Aber er hat mich Gott sei Dank noch nicht gesehen. Das ist alles recht dunkel hier. Das ist alles recht dunkel. Und ich habe nur noch zwei Leben. Und ich habe nur noch zwei Leben. Und deswegen wäre ich eigentlich ganz dankbar, wenn ich hier mal volles Essen wieder hätte. Und ich mache dein Licht noch mal zu. Welches Loch denn? Hier war ein Loch. Guckst du nachher nicht wie mal an? Wo ist denn? Ich baue jetzt erstmal hier hinten provisorisch mit Erde weiter. Ansonsten kommen wir hier nicht mehr weiter. Gut. Oben haben wir noch keinen. Ich ziehe mal unseren Ofen und so weiter. Ziehe ich mal nach oben. Mach das. Ich habe mir gedacht gehabt, hier hinten so im Fortsatz, den ich hier hinten gerade baue, kann man sonst vielleicht irgendwie entweder in der Küche reinmachen oder macht da ein Wohnzimmer rein oder doch Schlafzimmer, weiß ich noch nicht genau. Ja. So mit diesen Bambusstellwänden, damit man auch hier in die Wachsphäre und so... Du solltest echt mal zum Psychologen gehen? Schon wieder? Äh. Ooooooh. 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 Gut. Ich mache mir hier mal was zum Essen. Und ich dachte, der, den du mir letztes Mal empfohlen hast, der wäre so gut gewesen. Du machst mir echt Sorgen. So, ich habe jetzt erstmal hier so ein Dach mal drauf gezimmert. Und was hast du gesagt? Als Brennstoff soll man Bretter nehmen oder? Du kannst dann einfach ganz normale Bretter, also Holzplanken in dem Fall, ich weiß gar nicht, wie heißen sie im deutschen Pack. Ja, der Tarzienholzplank. Ja, egal was für Bretter. Du kannst einfach unten reinlegen und dann funktioniert das. Ach, das Hühnchen war schon gebraten. Okay. Ja, das ist schon gebraten, das Hühnchen. Oder du nimmst einfach meine super tolle Holzkohle, die ich hier habe, aber die gebe ich jetzt nicht. Okay. Ja, ne, ich werde eh mal das Holz, das ich hier habe, werde ich dann auch mal gleich reinschmeißen und da drüber ist neue Holzkohle machen. Ja, vergiss nicht, dass wir noch andere Sachen bauen müssen, dann kommt ja noch mehr dazu. Das bleibt wirklich nur bei den Lisschen. Äh, welches wollten wir? Stimmt, Akazienholz wollten wir zum... Genau, Akazien ist Boden. Warte, ich gebe dir ein bisschen Eiche. Ja? Okay. Ja, du legst einfach direkt rein, das ist okay. Ich habe es dir überhaupt mal hinterlich gebrochen, das ist eigentlich gar aufgenommen worden. Ja, ich buddere mich jetzt hier erstmal voll, damit ich mal wieder ein bisschen Leben hier zu bekommen. So. Äh, und es ist nachts, du bist groß, aber wie ihr seht, ich mache mal hier unseren Eingang ein bisschen zu. Und fange jetzt hier dann mal schön an, unsere äh, Band hier noch. Aua. Hau mich doch nicht. Guck mal. Da ist mir nicht so eng. Mit sowas muss ich mich nicht spielen. Hast du noch ein bisschen Akazien? Äh, ja hab ich. Ich schmeiß dir's hin. Beziehungsweise hast du auch noch anderes Holz? Was hast du denn gerade so Holz? Äh, ich habe Akazien... Ne, ich habe nur Akazienholz. Gib mal rüber. Äh, und ich habe Eichenholzbretter. Aber hier ist das Akazienholz. Ja, ja, gib mal ein bisschen Eichenholz. Ja, bitteschön. Danke. Aber dann... Ja. Ja, der Block davon. Blöde Frage. Auch wieso ist in unserem Wohnzimmer hier ein Loch? Äh, wir hatten neulich Besuch. Das war so einer von diesen Grünen. Und der fand uns so toll, der ist vor Freude direkt explodiert. Okay. Okay. Ähm... Ich dachte, ich habe Glas gebaut. Aber irgendwie... Ja, dachte... Ja, das ist hier. Das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Okay. Aber auch nur zwei. Da war nämlich nur zwei Glas. Naja, ich hole mal nochmal ein bisschen Sand rein. Damit das Ganze hier ein bisschen gebaut wird. Und wenn du noch ein bisschen Akazienbretter oder andere Bretter hast, dann... So, ich bin wieder voller Leben. Dann ist gut. Ja, beschissenes Wetter draußen. Aber schon mal ein bisschen raus draußen läuft auch der Enderman. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, um die Folge zu beenden, oder? Ja. Glaube ich auch. Okay. Also, dann danke ich euch vielmals für das Zuschauen. Möchtest du auch noch was sagen, Rick? Möchte ich auch noch was sagen. Weiß ich gar nicht so genau. Also, erstmal auch danke sehr für das Zuschauen. Ist vielleicht nicht immer ganz einfach mit uns, glaube ich auch. Ja. Aber ansonsten hat der Tay bestimmt noch ganz viel zu erzählen jetzt. Und deswegen gebe ich es mal wieder zurück. Ja. Möchte ich euch. Das mache ich ganz am Ende. Ich muss sowieso noch recht feststellen, den ganzen Scheiß, den ich da gerade baue. Und deswegen warte ich damit, dass ich genügend davon kritisiert habe. Und dann kann ich so eine Massenentschuldigung machen. Okay. Dann danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ach übrigens, wenn es euch gefallen hat, dann gebt ein Like. Oder schaut euch die gesamte Playlist hier oben rechts dann nochmal an. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und bis morgen dann. Ciao, tschüss. .